Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist nur ein kurzes Infovideo, denn viele von euch wollen ja mit mir spielen und das konntet ihr auch, wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage gesendet habt. Jedoch ist meine Freundesliste jetzt voll, das heißt ich kann niemanden mehr annehmen. Das kann ich euch jetzt auch einmal zeigen, wenn ich hier jetzt auf den Erstbesten gehe. Auf Annehmen kommt die Fehlermeldung, Anfrage kann nicht bearbeitet werden. Du hast die derzeit maximal erlaubte Anzahl an Freundinnen. Wenn ihr jedoch trotzdem mit mir spielen wollt, dann müsst ihr mir folgen. Das tun bis jetzt auch schon 26 Leute und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also ihr gebt erstmal hier oben in Suchen den Namen der Person, den ihr folgen wollt und geht dann auf Suchen in Person. Jetzt erscheint das Profil, das ist jetzt vom lieben Elibro. Ich verwende mal dein Profil dafür, ich hoffe das ist okay für dich. Dann geht ihr auf diese kleinen Punkte hier oben und drückt drauf und dann könnt ihr hier folgen. Das tue ich schon und jetzt könnt ihr hier auf Folgen drücken. Und jetzt habt ihr es so, dass wenn der Nutzer es erlaubt hat, dass ihr eben Follower joinen könnt, das habe ich nämlich jetzt gemacht, könnt Follower ihm joinen. Dann kommt hier so ein kleiner grüner Button und dann könnt ihr da auf Beitreten drücken. Das heißt ihr könnt jetzt auch trotzdem weiterhin bei mir in die Runde rein joinen, auch wenn ihr nicht mit mir ingame befreundet seid. Und ich hoffe ich konnte euch damit helfen und wenn ihr mit mir spielen wollt, dann könnt ihr mir gerne beitreten. Und ja, ich würde sagen, das war es mit diesem kurzen Video. Ciao, ciao.